Wir prämieren natürlich die ersten drei, die anderen drei sind sowieso die Gewinner. Und wir fangen mit dem dritten an und der dritte, und alle waren großartig, also es war wirklich sehr, sehr knapp, ist Sigmund Talks. Der zweite ist HiConnect. Ich muss tatsächlich nochmal sagen oder gestehen, ich habe ihn jetzt ganz oft angekündigt, aber wir sind ein chaotisches Team, wir sind auch kreative Köpfe, hier geht auch mal irgendwas verloren. Falls irgendjemand den Anker sieht, den Hauptpreis, den Hauptpreis, also bitte entweder an mich oder dann den Erstplatzierten übergeben, wir hätten den gerne so wieder. Markus, er kommt, er kommt. Na Gott sei Dank, Markus. Bitte an Dennis überreichen. Dennis, komm her. Dennis wollte heute schon, das muss ich mal erzählen, Dennis wollte heute den Anker mitbringen, den er letztes Jahr bekommen hat, aber nein, das ist natürlich der MyLily-Anker und jeder Sieger bekommt hier seinen eigenen Anker. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Der erste Platz und der Anker, bitte lauft die Cubs nicht um, danke. Der erste Platz geht an Instrument of Things. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Er ist auch ein choix. Έichte an die Anker, bitte der Oberstleutland-Vitenkurs. Wer ist es nicht nur eine Anker-Marsch-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein, die Anker-Marsch-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein. Untertitelung des ZDF, 2020